Und wir hoffen natürlich alle, dass diese Lehrlinge Wordpress einsetzen und arbeiten daran. Okay, dann schieße ich los. Ich bin jetzt unvorbereitet gekommen. Ich freue mich, dass das Thema angefragt wurde. Und genau, vielen Dank. Du kriegst die 10 Euro nachher und mache das jetzt einfach von Material, was ich auf meiner Website so gebunkert habe. Es reicht Dicke, um mehrere Tage damit zu verbringen. Steigen wir ein. Also, ich fange mal bei Null an. Wordpress an sich ist ja alles Mögliche. Was brauche ich, um aus Wordpress einen Shop zu machen? Ich brauche ein Plug-in. Da gibt es zwei große Plug-ins und vielleicht noch eine Sonderlösung. Also, wenn ich wirklich nur ein Produkt habe, das ich verkaufen will, also ich habe einen ganz hoch spezialisierten Shop, dann brauche ich auch kein Plug-in. Ich kann euch auch sagen, ich mache einen Mini-Shop auf mit Contact Form 7. Dazu gibt es ein Zusatz-Plug-in für Contact Form 7. Das prüft die IBAN-Nummer. So kann ich auch einen Shop aufmachen. Aber das ist wirklich ganz minimal. Ein seriöser Shop braucht ein Plug-in. Und da stehen zwei Plug-ins zur Verfügung. Mache ich das mal hier zu. Und zwar WooCommerce und WP Shop Germany. Das bekanntere ist sicherlich WooCommerce. WP Shop Germany ist halt eine Plug-in-Produktion, die schon mal speziell auf den deutschen Markt zugeschnitten ist. Das heißt, wenn du einen Shop mit WooCommerce magst, ist der auf den US-Markt zugeschnitten. Und dann musst du den eben noch mit zusätzlichen Plug-ins ausstaffieren. Da gibt es auch zwei unterschiedliche. Wenn du einen Shop mit WP Shop Germany magst, brauchst du es nicht. Da ist also schon die Eindeutschung vorhanden. Das war jetzt mal so. WooCommerce versus WP Shop Germany. Bekannter ist WooCommerce. Und auch mein Vortrag bezieht sich hauptsächlich auf WooCommerce. Um WooCommerce in Deutschland zu betreiben, gibt es also zwei Eindeutschungs-Plug-ins. Das eine ist WooCommerce German Market. Das andere ist WooCommerce Germanized. Sehr viele Funktionen sind hier ähnlich. Was ein bisschen unterschiedlich ist, ist die Preispolitik. Nämlich, WooCommerce German Market ist kostenpflichtig. Also da gibt es keine kostenlose Version. WooCommerce Germanized hat sich für zwei Modelle entschieden. Es gibt das kostenlose Modell und das Pro-Modell, mit dem man mehr Funktionen hat. Man kann es ein bisschen vergleichen. WooCommerce German Market oder WooCommerce Germanized Pro haben also ähnliche Funktionen. Die Bilder hier sind ein bisschen älter, wie ihr seht. Also wenn ihr auf den Websites schaut, WooCommerce Germanized 171, sind sie irgendwo bei 2.irgendwas. Jetzt dann doch noch ein Blick auf WP Shop Germany. Dass man auch mal so grob sagt, was kostet das Ganze. Das ist ja auch immer ein Argument, für welches System setze ich ein. Und es ist ja ganz klar, dass ein Shop auf WordPress-Basis sehr billig ist im Vergleich zu allen anderen Shops. Egal mit welcher Lösung du jetzt arbeitest. Also das jetzt mit German Market ist oder WP Shop Germany. Hier mal so ein Blick auf die Lizenzgebühren. Also die freie Version hier kostet gar nichts von WP Shop Germany. Free ist aber nur begrenztauglich. Und ansonsten kostet halt eine Jahreslizenz 45 Euro und eine Enterprise-Lizenz 149 Euro. Und auch Germanized Pro und WooCommerce German Market liegen da unwesentlich drüber. Also sprich, wenn man irgendwie sagt, warum macht man den Shop auf WordPress-Basis, dann sicherlich auch, weil es günstig ist. Okay, was man noch sagen muss, außer wenn man mit Kunden redet, muss man da programmieren können, um einen WordPress-Shop aufzuziehen. Nein, deswegen gibt es ja Plugins. Also mit WordPress muss man umgehen können, aber es ist jetzt kein Hexenwerk aus einer WordPress-Website, einen WordPress-Shop zu machen. Okay, das war jetzt mal so der erste Teil zur Einführung. Ich habe mir jetzt mal so überlegt, die ersten drei Teile mache ich mal nur in Vortrag, dass wir ein bisschen in die Materie reinkommen. Und dann so ab dem vierten Teil, wenn jemand eine Frage hat, dann darf er die gerne stellen. Nächstes Thema ist jetzt mal die WooBasics. Also wie fange ich jetzt mit WooCommerce an? WooCommerce ist ein ganz normales Plugin, wie jedes andere Plugin auch. Sprich, gehen wir mal hier so durch. Das ist jetzt wirklich für sehr Basic, das braucht ihr euch nicht anschauen. Das ist so, wie installiere ich ein Plugin. Aber halt nur mal zur Information, auch so, WooCommerce muss ich nicht irgendwie von der WooCommerce-Seite runterladen, sondern ich kann es ganz normal über das Backend installieren. Das ist also alles kein Hexenwerk. Und nach der Installation von WooCommerce klappt so ein Konfigurator auf. Tipp, den solltet ihr auf jeden Fall nehmen, wenn ihr noch nie mit WooCommerce gearbeitet habt, denn so kriegt man einen kleinen Einblick auf die wichtigsten Einstellungen in WooCommerce. Und alles, was ihr da drin macht, könnt ihr später noch ändern, also Empfehlung machen. Jetzt geht also dieser Konfigurator so die wichtigsten Schritte durch. Schauen wir mal nach. Es fängt an mit, wo befindet sich dein Geschäft. Also du stellst dann halt das Land ein und WooCommerce ist dann so intelligent, damit auch gleich die richtigen Sachen zuzuordnen. Also sprich Währung und sowas wie, genau. Also gibt es eben oben Deutschland rein, da kommt eben schon unten mal der Euro. Und so gehst du schrittweise so vor. Was WooCommerce fordert, ist eine Adresse. Also du musst hier zwingend was eingeben, aber es kann ja sein, dass du den Shop nur ausprobieren willst. Du kannst hier auch Donald Duck eingeben, Entenhausen funktioniert auch. Also du musst hier noch keine reale Adresse eingeben. Das kannst du alles später noch machen. So, dann ein ganz wichtiges Thema, sind die Zahlungsmethoden. Das schlägt ja WooCommerce schon mal Stripe vor. Da gehe ich später nochmal drauf ein. Also Stripe ist so eine ganz pfiffige Paypal-Alternative. Ich habe es mal ausprobiert. Ist auch ein extra Kapitel von meinem Vortrag heute. Empfehlung, lass doch mal Stripe oben an und knall den Rest unten raus. Das sind, weil du relativ schnell Ergebnisse erreichst. Was du nicht abschalten kannst, hier sind Offline-Zahlungen. Das hat eben WooCommerce so verschaltet, dass du halt irgendeine Zahlungsart zwangsweise anbieten musst. Also Offline-Zahlung ist jetzt sowas wie Kauf auf Rechnung. Und andere fürchterliche Zahlungen sind auch noch drin. So berittener Boote, also Kauf auf Nachnahme, macht heute wirklich keiner mehr. Aber es ist tatsächlich bei WooCommerce noch drin. Okay. Weiter im Konfigurator geht es mit den Versandkosten. Also hier kannst du auch schon mal so grob einstellen, was willst du da verlangen. Empfehlung am Anfang, die drei Euro, die Amazon so verlangt, haben sich irgendwie eingebürgert. Also entweder kostenlos einstellen oder irgendwie bei drei Euro anfangen. Sowas wie ein Versand auf 1,50 Euro bringt die Leute eigentlich eher durcheinander. Und dann kann man die Gewichtseinheiten einstellen. Es ist halt auch wichtig, ob du jetzt da irgendwie Kilogramm oder Gramm oder sonst was eingibst. Da ist in Deutschland ziemlich streng die Preisangabenverordnung. Das heißt, du musst genau gucken, was du da verkaufst. Du darfst zum Beispiel nicht sagen, ich verkaufe Schokolade in normalen Tafeln und berechne die dann in Kilogramm. Sondern da musst du eben je nach deinem Produkt genau nachschauen, nicht exakt erkundigen, welche Einheit ist das für die Standardeinheit, die gebraucht wird. Also das sind halt so beliebte Abmahn-Geschichten auch, wenn man da was Falsches eingibt. Okay, dann kommt so eine Geschichte, da gehen wir mal weiter. Nachdem dieser Konfigurator die seriösen Sachen abgehandelt hat, will er unbedingt, dass du Chatpack noch installierst. Und hier sehe ich schon im Publikum Skepsis. Also es ist echt wirklich so gestaltet, man muss sich sehr anstrengen, damit man Chatpack nicht installiert. Also es ist irgendwie unten ganz klein, sind irgendwelche Häkchen und da musst du eben aufpassen, dass das nicht passiert. Storefront-Theme kannst du da oben gleich mit installieren. Das ist harmlos. Ich habe so Storefront die letzte Zeit verfreut. Ich muss sagen, gefällt mir mit jeder Version besser. Also ist doch ein ganz nettes Standard-Theme. Unten gibt es hier was mit automatisierten Steuern. Das bitte auch nicht machen. Das ist so ein WooCommerce-Service. Der gilt aber sowieso nur für die USA. Also hier bitte vorsichtig sein, so im zweiten Teil. Und nicht hemmungslos irgendwie alles anklicken. Und hier eben dann kommt nochmal Chatpack. Also da muss man schon sehr genau schauen, dass man irgendwie kein Chatpack installiert. Kann aber auch sein, dass du Chatpack installieren willst. Dann geht es hier wunderbar. Chatpack ist so, also WordPress basiert ja so auf zwei Ebenen. Das eine ist die WordPress-Community, das sind wir. Und die andere Seite ist eben Automatic, die Firma, die WordPress vorantreibt und die uns auch hier sponsert. Ja, muss man auch mal sagen. Und die aber schon versucht auch Geld zu verdienen und eben Chatpack-Services anzubieten. Wo man dann eben sagt, ja, hostest du deinen Job jetzt auf Chatpack oder profitiert jetzt, sagen wir, die Entwickler-Community davon? Das sind so die Fragen. Also es ist ja ganz hellgrau in dem Roten steht dann drin, diesen Schritt überspringen. Und wenn du irgendwas anders klickst, dann hast du eben Chatpack an Bord. Okay, also wie gesagt, trotz dieser Chatpack-Geschichten sehr empfehlenswert dieser Konfigurator, weil du dann schon mal die Basiseinstellung einfach hast. Okay, wenn du das alles gemacht hast, dann verändert sich dein Dashboard. Dann hat sich eben hier WooCommerce eingeklinkt. Und du findest so zwei große Einstellungen im Menü, nämlich WooCommerce und Produkte. Im Menüpunkt WooCommerce nimmst du die ganzen Einstellungen vor. Also du kannst das, was du jetzt noch mal im Konfigurator gemacht hast, noch mal genauer einstellen. Du kannst sagen, ich habe vorhin Kilogramm eingegeben, jetzt brauche ich aber doch Gramm. Und unten bei Produkte ist dann die Produktverwaltung. Was sich dann auch noch geändert hat, sind Rollen im Backend. Nämlich die üblichen Rollen kennt ihr ja. Abonnent, Mitarbeiter, Autor, Redakteur, Administrator. Das sind die fünf Standardrollen von WordPress. Und dazu gekommen ist der Shopmanager und der Kunde. Was auch für Neulinge so ein bisschen verwirrend ist, weil du ja, wenn du einen Kunden hast, den du in einem Kundenkonto drin hast, dann ist der auch in deinem Backend mit drin. Er kommt zwar nicht rein, aber WordPress trennt hier nicht groß zwischen dem Hinterzimmer eines Shops und dem Kunden, der eigentlich im Hinterzimmer vom Shop nichts verloren hat. Also da muss man sich erst mal so dran gewöhnen, wie das tickt. Das waren die Benutzerrollen. Und was ist jetzt noch nach der Installation passiert? Es sind neue Seiten da. Nämlich die vier Seiten, die halt jeder WooCommerce Shop so hat. Kasse, Mein Konto, Shop und Warenkorb. Die sind jetzt ja alphabetisch geordnet. Wenn du die in ein Menü bringst, musst du die natürlich andersrum einsortieren, halt in der logischen Reihenfolge Shop, Warenkorb, Kasse und dann Mein Konto. Was heißt Mein Konto? Du kannst einen Shop so betreiben, dass der Kunde einfach nur was bestellen kann und gut ist. Und du kannst natürlich auch sagen, wenn der Kunde öfters was bei mir bestellt, dann kriegt er ein Kundenkonto. Dann muss ja seine Zahlungsdaten, also Adressen und Zahlungskontodaten immer, dann hat er die gespeichert und muss sie nicht neu eingeben. Aber das ist dann eben die Frage, wie man so einen Shop anlegt. Das sind also die vier neuen Seiten, die WooCommerce angelegt hat. Jetzt für Neulinge auch mal etwas verwirrend, wenn der die Seiten angelegt hat, sieht er die natürlich nicht, wenn der Shop nicht als Stadtseite eingerichtet ist. Also wenn du jetzt einen Kunden hast, der sagt, ich habe das WooCommerce installiert, dann sagt er, ich sehe nichts. Also das heißt, gehst du in WordPress Einstellungen lesen und gibst den Shop als die Stadtseite an. Die Kontoinformation, die Karteninformation, ja. Wahrscheinlich nur, wenn du irgendeine spezielle Extension dann hast. Aber wenn du zum Beispiel über Stripe gehst, das ist ja wieder davor, dann hast du damit gar nichts zu tun. Das macht dann der Zahlungsanbieter. Und es gibt ja auch manche Käufer, die sagen, ich vertraue eher Paypal oder Stripe oder einem Kreditkartenunternehmer oder einem Kreditkartenacquirer als jetzt dem Minishop da. Dem gäbe ich es nicht. Früher waren die Steuern noch drin in diesem Konfigurator. Das hat WooCommerce rausgenommen. Das heißt, das Steuersystem musst du nochmal auch separat aktivieren unter WooCommerce Einstellungen. So am Rand, es gibt drei Steuersätze in Deutschland, nämlich 0% auf manche Dienstleistungen beispielsweise. Die werden gar nicht besteuert. Therapeuten, manche. Kleingewerbetreibende. Richtig, da kommen wir nochmal dazu. Da brauchst du dann auch ein Plug-in, wo dieses Häkchen einblendet, Paragraf 19 Umsatzsteuergesetz. Deswegen bin ich als Kleingewerbender davon befreit. Genau, wenn du das nämlich nicht machst und hast das Häkchen nicht, musst du das beim Finanzamt abführen, wenn du es da nicht angegeben hast. Genau, da kommen wir nochmal dazu. Das habe ich im Plug-in nochmal dieses Thema Kleingewerbe. Also wie gesagt, Steuern aktivieren ist aus diesem Konfigurator rausgefallen. Das musst du extra machen. Was hier auch nicht stimmt, ist dieser Text da. Den gibt es jetzt auch im Customizer jetzt. Wenn du einen neuen Shop hast und baust den gerade auf, dann kannst du eben einblenden. Dies ist ein Demoshop-Bestellung und wird noch nicht ausgeführt. Vielleicht ganz hilfreich, wenn du deinen Shop live aufbaust, dass du sagst, ich blende noch so einen Warenhinweis ein. Okay, ja, das war jetzt mal so die Ebene WooCommerce selbst. Und dann kommt jetzt der nächste Standardschritt. Nein, ich habe hier noch was kurz drin zum Shop-Manager. Gehen wir das mal noch kurz durch. Was ist die Rolle des Shop-Managers? Also wie gesagt, es gab ja standardmäßig fünf Rollen, jetzt sind es sieben Rollen. Und neu ist nach der Installation von WooCommerce der Kunde und der Shop-Manager. Den Shop-Manager gehe ich jetzt mal kurz ein. Braucht man sowas überhaupt? Erst mal die Frage, wenn du deinen Shop alleine betreibst, also sag ich jetzt mal Heikes Nähstube, dann brauchst du natürlich keinen Shop-Manager. Dann bist du Administrator und die Sache hat sich so. Was anderes ist, wenn du ein Team hast, dann ist eben einer der Shop-Manager, der Administrator und jemand, der nur Produkte einpflegt. Stichwort jetzt neue Ausbildung, Kaufmann im E-Commerce, dann habe ich einen E-Commerce-Kaufmann in meinem Unternehmen. Den mache ich natürlich nicht zum WordPress-Administrator, weil er mir dann die ganze Installation schrotten kann. Ich mache ihn zum Shop-Manager. Damit hat er so ein eingeschränktes Dashboard und er kann Beiträge und Seiten anlegen, Medien hochladen, hat Zugriff auf alle Funktionen von WooCommerce, aber er kann zum Beispiel keine Plugins installieren. Das kann dann eben der Administrator oder auch in den Menüs kann er auch nicht rumpfuschen. Den Shop-Manager legt WooCommerce standardmäßig nicht an. Das heißt, du musst in die Benutzerverwaltung gehen, um dann jemanden zum Shop-Manager zu machen. Das heißt, du nimmst jemanden, der schon irgendwas ist, Mitarbeiter oder auch Autor oder Redakteur oder irgendwas und weist ihm dann die Shop-Manager-Rolle zu. Kleine Bosheit von dem ganzen System. Der Shop-Manager kann andere zum Shop-Manager erheben. Was wirklich verheerend ist, sollte er einen Kunden zum Shop-Manager erheben. Dann kann der Kunde also, man braucht ja nichts mehr zu bezahlen. Also Vorsicht auch mit der Shop-Manager-Rolle. Vielleicht sollte man es auch mal melden, sowas. Okay, das war jetzt die Geschichte mit WooCommerce. Und jetzt machen wir weiter. Wenn ich Administrator bin, die Einstellung wird nicht in WooCommerce vorgenommen, die wird in WordPress festgenommen. Ich kann ja in WordPress sagen, ein neu angemeldeter Account hat diese oder jene Rolle. Standardmäßig ist WordPress defensiv eingestellt. Ein neuer ist dann erst mal Abonnent und der kann gar nichts. Er ist einfach nur im System drin. Und dann muss ich eben hergehen, okay, dann stufe ich ihn vom Abonnenten auf den Shop-Manager oder auf was anderes eben hoch. Oder auf Kunde runter. Also diese Kundengeschichte ist ja nur dann auch relevant, wenn man halt mit Kundenkonten auch arbeitet. Weiß ich nicht. Also das wäre nicht sinnvoll. Man muss ja unterscheiden zwischen einer Anmeldung, die jetzt über WooCommerce passiert, über mein Konto. Die ist natürlich Kunde. Aber jemand, der einen WordPress-Account neu anlegt, ich weiß nicht, ob es technisch geht, aber den würde man natürlich nicht zum Kunden machen. Ja, genau. Über dieses Menü oben, wo dann steht mein Konto. Und wenn ich da reingehe, bin ich natürlich Kunde und nichts anderes. Okay, jetzt kommen wir zu den zwei großen Eindeutschungs-Plugins, nämlich WooCommerce German Market und WooCommerce Germanized. Ich gehe mal so grob darauf ein. Das ist jetzt wieder very basic. Also ich muss euch jetzt nicht erzählen, wie man eine Lizenz erwirbt. Aber wo ich hinaus wollte, ist dieser Punkt. Also wenn ich jetzt WooCommerce German Market installiere, was macht das Plugin? In den USA läuft ein Shop mit vier Seiten, den vier genannten. Und in Deutschland läuft halt ein Shop mit so knapp über zehn Seiten. Mit Basisseiten, weil wir diese ganzen Rechtsgeschichten drin haben. Also ein deutscher Shop, der hat dann eben das ganze Elend, darf man mal so sagen. Eine Widerrufsbelehrung, Impressum, AGB, Datenschutz, diverse Geschichten. Sie kommen da noch. Das heißt, ich mache aus diesen vier Seiten zehn Seiten. Jetzt ist es aber so, wenn ich jetzt beispielsweise ein Impressum angelegt habe, das auch Impressum heißt. Und dann installiere ich WooCommerce German Market. Dann legt mir WooCommerce German Market fürsorglich, wie das Programm ist, auch eine Impressumseite an. Da muss ich aber gucken, was habe ich in der Seite vorher schon gemacht, damit das eben nicht überschrieben wird. Oder mit irgendeinem anderen, dass es dann Impressum eins oder zwei heißt. Am besten ist es, WooCommerce installieren und dann das Eindeutschungs-Plugin installieren. Also Germanized oder German Market. Und dann erst diese ganzen Pflichtseiten anlegen. Weil eben die meisten Pflichtseiten von den Eindeutschungs-Plugins angelegt werden. Und da brauche ich mir dann vorher keine Arbeit machen. Also diese beiden Eindeutschungs-Plugins sind eben fürsorglich. Nimm die und fang nicht vorher an, irgendwas zusammenzustöpseln. Okay, German Market ist ein Plugin, das du kaufst. Das heißt, du kannst es dann natürlich nicht aus dem WordPress Backend installieren, sondern beim Marketpress wird das dann eben gekauft. Und dann halt über den anderen Installationsweg eingefügt, du lädst auf deinen Computer runter und von dort hinein. Hier sehen wir dieses ganze Seiten-Elend, nenne ich mal so. Also was machen jetzt diese Eindeutschungs-Plugins? Sie machen Impressum, Versandung, Lieferung, Widerruf, Rücktrittsbelehrung, Österreich, Widerrufe, digitale Inhalte, Datenschutz, Bestellfolgung, Zahlweise, Bestellung, 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 allgemeine Geschäftsbedingungen und so weiter. Also die ganze Palette, die du halt mit der Hand anlegen musst, nimmt ja auch das Plugin ab. Wie sieht es dann aus mit diesen Rechtstexten? Vielleicht auch noch so eine wichtige Frage. Auch da nehmen dich die Plugins so ein bisschen bei der Hand beide. Also hier habe ich Lizenzschlüssen, das lassen wir jetzt mal weg. Genau. Was du jetzt von German Market bekommst, das ist halt so eine Musterseite von Rechtstexten. Ich will jetzt hier keinen Rechtsvortrag halten. Ich behaupte mal, 90% aller Shops, die in Deutschland sind, haben irgendwo eine Macke. Wenn man mit der Lupe suchen würde, würde man was finden. Also einen rechtssicheren Shop, den gibt es wahrscheinlich gar nicht. Also mach das so sicher, wie es irgendwie geht. Du hast halt hier Mustertext da drin. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass ich den Mustertext übernehme. Also zumindest mal hier aus Demoshop Max Muster Demostraße in Demostadt. Was Ordentliches machen. Und dann halt, ja, heutzutage hat man da noch irgendwie einen Anwalt oder einen Anwaltsservice. Also diese Plugins sind auch meistens mit einem Anwaltsservice irgendwie verbunden oder bieten da irgendwelche, sagen wir mal, Brücken dorthin. Dann soll das dann eben verwenden. Ja. Ja, du hast einen Sitz in Deutschland. Ja. Dann musst du dich, ja. Aber wenn du deinen Firmensitz in Deutschland hast, musst du dich an die deutsche Rechtsprechung halten. Ja. Aber da musst du einen Anwalt fragen. Aber ich würde sagen, deutscher Sitz, deutsche Regeln, es wird kompliziert. Ja. Was dann noch passiert nach der Installation ist eine Erweiterung der Einstellungen von WooCommerce. Das heißt, das sind jetzt mal so von links nach rechts die ganzen Einstellungen, die du halt durcharbeiten musst. Das ist schon eine ganze Menge. Also Produkte, Mehrwertsteuer, Versand, Kasse, Kundenkonto, E-Mails und so weiter. Und dann hast du eben einen neuen Reiter ganz rechts. Der heißt halt bei German Market heißt dann eben German Market und bei Germanized heißt der Germanized. Und dort hast du nochmal eine Menge an Einstellungen, durch die man sich halt durchquälen muss. Jetzt, vorhin war das Thema der Kleinunternehmerregelung. Da gehe ich jetzt im anderen Plugin drauf ein, nämlich in Germanized. Ich habe was ähnliches wie in German Market, auch in Germanized. Ich habe hier auch irgendwelche Seiten, die rechtliche Hinweisseiten, die das Plugin eben für dich anlegt. Also auch hier gilt wieder, schnell leg keine Seiten an, bevor du nicht das Eindeutungs-Plugin drin hast. Okay, worauf ich jetzt eingehe, ist die Kleinunternehmerregelung. Funktioniert in beiden Plugins ähnlich. Wenn du Kleinunternehmer bist, das heißt, du verdienst weniger als 16.500 oder 17.500, ne? 500. 17.500, glaube ich, ist es in Deutschland. Dann musst du halt zum Finanzamt gehen und musst dich dort als Kleinunternehmer einstufen lassen. Das heißt, du kannst es nicht einfach, du kannst es zwar im Plugin machen, aber das genügt nicht. Also wenn das Finanzamt dir bestellt, dass du Kleinunternehmer bist, dann musst du hier diesen Haken bei § 19 USTG setzen und dann wird das eben auf den Zahlungsseiten so angezeigt, dass du keine Umsatzsteuer abführen musst. Und klipp und klar zwei Vorteile, nämlich weniger Bürokratie und ein billigerer Preis. Nachteil natürlich, du kannst deine Investitionen dann auch nicht bei der Steuer absetzen. Also wenn du jetzt halt sagst, du kaufst jetzt erstmal Equipment für 5.000 Euro, was du brauchst, dann kannst du halt die Umsatzsteuer dort nicht beim 5.000 Euro. Gut, wenn du halt auf den Sprung dann gehst, sind die Kunden sauer, das ist klar. Wenn du sagst, du bleibst drunter, dann ja. Okay, dann machen wir weiter mit den Zahlungsarten. Eine einfache Geschichte ist die SEPA-Lastschrift. Da brauche ich mir dann mit irgendwas rumschlagen. Alles, was ich brauche, ist eine Gläubiger-ID, die kriege ich bei der Deutschen Bundesbank. Und dann muss ich zur Sparkasse gehen, wo ich halt bin und sage, ich habe diese Gläubiger-ID, ich darf Lastschriften einziehen. Das kann ich dann zum Beispiel mit WooCommerce Germanized in der Pro-Version machen. Ist aber, sind sonst ein paar Haken drin, also ich bin jetzt bei Germanized Pro, ich muss dort einen Secret-Key abrufen, den Germanized ausspuckt und muss ihn in die WP-Config-PHP einfügen. Auch keine ganz leichte Sache für jemanden, der nicht unbedingt mit WordPress so vertraut ist. Und die Sache hat noch einen Nachteil, nämlich Was ihr hier seht, ist das Formular, das der Kunde dann hat. Und da siehst du Kontoinhaber, kein Problem. Und dann siehst du IBAN, das gibt da auch ein, kein Problem. Und unten ist die BIC. Beide Plug-ins, also sowohl WooCommerce Germanized wie auch German Market, verlangen, Das liegt nicht an den Plug-in-Herstellersicht an den Banken, dass der Kunde zu seiner IBAN auch zwingend noch die BIC eingeben muss. Also das ist schon ein bisschen eine Bremse. Die IBAN ist schon elendiglich lang. Und die habe ich vielleicht noch irgendwo auf dem Schreibtisch da irgendwo so hingeschmiert. Aber ich brauche dann auch noch diese BIC-Nummer, die man ja sonst noch selten braucht. Also das ist ein bisschen ein Nachteil von diesem Verfahren. Deswegen geht es wohl heute nicht mehr ohne echtes Online-Zahlsystem. Ja, da gibt es zwei große mittlerweile. PayPal und ich gehe jetzt mal auf etwas anderes ein, nämlich Stripe. Lässt sich etwas einfacher einrichten als PayPal. Und wird auch ein bisschen von WooCommerce gefeatured. Ganz mal grob, PayPal ist unterteilt in Händler-Accounts und Kunden-Accounts. Stripe ist ein bisschen anders getickert. Deswegen auch einfacher, für Stripe gibt es keine Kundenkonten. Es gibt nur Händler, die Stripe haben. Und es ist eine relativ einfache Methode, um halt sowas wie Visa und Mastercard-Zahlung anzubieten. Was du brauchst, ist ein Account bei Stripe und ein Stripe-Plugin für WooCommerce. Das Stripe-Plugin ist kostenlos. Ich stelle dir WooCommerce zur Verfügung. Du findest es, wenn du WooCommerce installiert hast, bei Erweiterungen, Payments. Und lässt sich also alles wunderbar leicht installieren. Dann, wenn du dieses Stripe installiert hast, musst du auf Kasse gehen und findest dann nochmal sowas wie Enable Stripe, also nochmal so ein Sicherungsmodus drin. Und dann gibt es einen Stripe-Test-Modus, wo du das Ganze mal in einem Sandkasten-Modus ausprobieren kannst. Also ich habe beides mal gemacht mit Stripe und mit Paypal und ich fand, dass Stripe ungefähr 25 Prozent weniger Arbeit ist, das Ganze zu machen als bei Paypal. Auf die Einzelheiten kann ich jetzt nicht eingehen, denn wir sind schon ein bisschen in der Zeit voran. Das machen wir mal noch ganz kurz. Rechtssicherheit lasse ich jetzt auch mal weg. Rechtsberatung darf ich sowieso keine geben. Ich sage nur was, wenn ihr euren Bestell-Button konfiguriert, da muss draufstehen, jetzt zahlungspflichtig bestellen, jetzt kaufen. Was nicht geht, ist sowas wie jetzt testen, jetzt ausprobieren, jetzt abschließen oder so. Viele halten sich nicht dran. Jeder kennt ja irgendeinen Kollegen, der schon mal auf web.de oder gmx reingefallen ist. Jetzt für vier Wochen probieren ist natürlich nach Preisangabenverordnung nicht legal. Okay, dann habe ich für euch einfach noch ein paar praktische Tipps, die ich jetzt mal so aus der Hüfte rausschleudere. Technik, natürlich sofort auf einer SSL-Domain installieren, also ohne SSL-Shop geht gar nicht. Guter Hoster, auch selbstverständlich. Design, nehmt ihr das Storefront-Theme oder nehmt ein Theme von eurem Plug-in-Hersteller. Wenn ihr das Plug-in bei WooCommerce German Market gekauft habt, dieselbe Firma verkauft auch Themes, dann seid ihr bei einem Hersteller. Oder bei Germanized, die haben dann auch ein speziell dafür abgestimmtes Theme, macht es nicht so kompliziert. Pflichtzeiten beim Shop, am besten nicht oben hin. Da soll ja der Kunde die Kategorien und sowas sehen, also Pflichtzeiten unten in Futter rein. Produktbilder quadratisch, immer ganz gut, wenn man mal Theme wechseln will. Kann ja vorkommen, 800-800 Pixel ist eine ganz gute Standardgröße. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Alles, was ich sagen wollte, müsst ihr woanders erfahren. Nämlich, es gibt in Würzburg, in Deutschland eine ganz gute WooCommerce-Szene, die sich so langsam entwickelt. Früher gab es nur eins in Nürnberg. Vielen Dank, Frank, der du das mitorganisierst. Und in Hamburg schwächelt eins dahin. Und in Leipzig wächst eins, die haben jetzt zwei Treffen gehabt. Das dritte haben sie am 10. Oktober. Also seid ihr auch immer herzlich zu den Geschichten eingeladen. Und zum Abschluss habe ich noch was für euch, wenn ihr mal einen Shop ausprobieren wollt. Es gibt hier für Schulen und Institutionen demoshops.de. Das heißt, hier kann man sagen, ich will einfach mal gucken, wie so ein Shop aussieht. Das ist kostenlos für Schulen und Organisationen. Ich kann mir auch mal ansehen, wie ein Demoshop aussieht. Nämlich, da unten ein Demoshop ansehen. Das ist jetzt dann mal so ein typischer, wäre es halt ein Schulshop, WooCommerce-Shop. Wie das so im Frontend aussieht. Die URL ist dann https01.demoshops.de. Wenn ihr aus Spaß mal was bestellen wollt, um auch so ein bisschen mit dem Benachrichtigungssystem von WooCommerce warm zu werden. Weil wenn du eine Bestellung schickst, dann kommen ja automatisierte E-Mails an, an dich und an den Shop-Betreiber. Dann ist Demoshop eine ganz gute Lösung. Okay, perfekt. Danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also WooCommerce ist ja insgesamt kostenlos und da kannst du dir, wenn du eine Schule oder eine Organisation vertrittst, eine kostenlose WooCommerce-Installation freischalten lassen. Das ist das Storefront-Theme. Das Theme ist Storefront und die Bilder sind teilweise, das rechte Bild ist aus dem Democontent. Also es gibt eine Möglichkeit, hier in den Shop Democontent reinzuladen von WooCommerce. Das ist ganz nett, dass das Ding einfach mal, dass es so ein bisschen lebt auch. Ja, kann man alles machen. Das sind dann eben diese Produktvariationen, da musst du dich einarbeiten. Und für spezielle Sachen gibt es eigentlich wie überall dann Plugins und Extensions, die das dann ausweiten. Aber natürlich ist es möglich zu sagen, Small, Medium, Large, Blau, Rot, Grün. Also die Sachen funktionieren natürlich auch alle mit WooCommerce. Ich frage so, geht die T-Shirt rein und bringt dann alle Ausprägungen aus der Ausfahrzeite? Ja, du hast dann ein Dropdown-Menü, also du kannst es so einschätzen, du sagst, du hast ein T-Shirt und neben dem T-Shirt ist dann ein Dropdown-Menü und dann steht im Dropdown-Menü dann eben Small, Medium, Large. Ja, also das funktioniert auch in WordPress. Da gibt es auch so dieses, zu diesem Produkt ist noch ein anderes Empfohlen. Bitte? Das ist ja vom Theme unabhängig, also diese Empfehlungssache ist ja WooCommerce und es funktioniert eigentlich in allen Themes gut. Noch zu den Themes, also früher gab es ja spezielle Wörter, WooCommerce-Themes, aber mittlerweile funktioniert ja jedes Theme mit WooCommerce. Ich würde trotzdem empfehlen, ein bisschen auf den Theme-Hersteller zu achten. Sollten, ja, okay. Ja, vor ein paar Monaten. Also das ist jetzt in einem neueren Stand bei WordPress neu drin. Aber Tipp auch beim Theme-Kauf, um Himmels Willen nichts Überladenes. Also eher so ein bisschen defensiv sein. Ich kann empfehlen, zum Beispiel Theme-See oder Elmas-Doodoo, da funktioniert WooCommerce auch ganz gut, obwohl es jetzt keine speziellen Hersteller sind. Und dann gibt es halt von German Market, Hamburg, München, glaube ich, heißen die Themes, so Städte-Themes und Vendidero von der Hersteller-Fillerfirma und Germanized. Du hast da einfach einen Vorteil, wenn du das Plug-in und Theme vom selben Hersteller hast, dann ist er schon mal aufeinander abgestimmt. Das sind dann wieder Zusatzfunktionen, weiß ich nicht in welchen, wenn du es, also zum Beispiel Rechnungsanhang als PDF. Das ist so eine Geschichte dann auch von Germanized Pro und WooCommerce German Market, obwohl ich jetzt nicht alle Viechers im Kopf habe. Aber ich schätze mal, dass du da dann eben noch dieses Eindeutschungs-Plugin brauchst. Es gibt Shop-Kategorien, es gibt normale Kategorien. Also das ist recht gut gelöst in WooCommerce, das heißt, du hast einen Blog und auf deinem Blog hast du alle möglichen Kategorien. Wenn du einen Blog anflanscht, was empfehlenswert ist, weil du dadurch Content produzierst. WooCommerce hat jetzt Shop-Kategorien, die mit diesem Kategorien-System von WordPress nichts zu tun haben. Die sind getrennt und das ist eigentlich auch ganz günstig. Ja, genau. Also du hast dann nochmal in WooCommerce ein recht gutes Kategorien-System. Du kannst also sagen, du hast Pullover im WooCommerce-System stehen, hast vielleicht einen Influencer-Blog, wo irgendjemand in Norwegen ist und da steht dann eben Norwegen drin und nicht Pullover. Du kannst also wunderbar auch vom Blog zum Shop weiterleiten, auch ein Argument von WordPress als Shop-System. Alles klar. Dankeschön.